Mario? Ja? Wie ist das gemacht? Ich bin ein Gott. Ne, hier. Du brauchst eine Heal Station. Ne, hier. Du brauchst eine Heal Station. Gib mal her. Also. Hier, hast du es. Ja, komm. Du hast auch so einen Ball. Ja, ja, hab ich. Also hier, hier, guck mal, hier ist die Pet Station. Guck mal. Ja. Was ist denn dieses Pet? Teather? Oder was auch immer das ist. Ich weiß noch nicht ganz genau. Das kann irgendwie... Wahrscheinlich irgendwie verstärkt werden. Oder was? Ach, die sind Storage. Ach, die können alle auf dem Schreiben geschmissen werden. Zählst mir. Was ist mit dem Radius? Hä? Muss grad selber mal gucken. Ist jetzt irgendwie cool, wenn wir da so... so ein Ding hinpflanzen können. Zum Beispiel in den Garten, wenn so eine Kreatur vorbeiläuft, dass sie in der Automatie rausspringt, die angreift. Ist ja mega geil. Wir brauchen mehr Platz. Ja. Vor allem mit eigenem Metall. Okay, Mario, komm mal her, komm mal her, komm mal her, Mario. Was können wir da machen? Du hast da reingestellt und... Wir können einfach... Das ist einfach nur ein Lager. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was macht der da? Nix. Hat der irgendwas tolles gemacht? Ähm... Warte mal kurz. Nein! Er ist es weg! Hä? Als ob ich das für jeden... Für jedes Mal, um es zu aktivieren, das Ding holen muss. So eine Healing Station. So eine Healing Station. Nee, oder? Hä? Wie hieß es jetzt nicht gehealt? Oder kann ich das Ding da... Oder... Was hast du gemacht? Es ist leer. Also so wie vorhin wieder, aber... Was muss ich damit jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Ja, dann musst du jetzt healen. Geh mal in die Healing Station. Geh mal in die Healing Station, tust rein und dann heal. Das hier. Nein! Das ist das Ding! Nein! Ach das... Ah, das Mini-Ding! Ich hab das vorhin gar nicht erkannt. Ah, du bist ja auch blind. Du musst was essen. Ja! Juhu! Blindes. So, was geht damit jetzt da hinten? Nein! So nicht! Nein! So, ich kann das jetzt da einsetzen. Und jetzt ist es da. Ich glaub, das ist echt so ein Abwehrsystem. Was weiß ich? Alter, ich komm mit diesem Inventar hier. Und da hab ich mir gar nicht gemacht. Nein! Wow! Das war knapp. Was hast du gemacht? Ich hab das Ding mal abgebaut hier unten. Und dann sind direkt zwei Kisten krass mit draufgegangen. Alter, ich kann mal nicht mal drauf vorbeigehen und die Türe in allem wieder schließen. Das ist echt ein Held. Lass mal hier ein Platz zwei. Lass mal hier ein Platz zwei. Ich baue hier Sachen ab, also... Ja, warte mal. Nein! Du hast natürlich alles wieder zugebaut. Ich will mal das Ding hier hinsetzen. Ja, baue das doch nicht aufs Feld, du! Ja, vielleicht ist... Kann ich das ja dann extra da anbringen für so ein Abwehrsystem, wenn so ein Ding mal kommt. Nein! Nicht auf dem Feld. Dann geh ich mal... Die restlichen Sachen krieg ich nicht abgebaut. k hole... Sau! Was hat das denn jetzt gebracht? Ein Scheißdreck Willst du ihn nicht mal töten? Nö! In demieste, warum das hier nicht funktioniert. Oder die invisible Sachen jetzt zumindest machen. soll werden englisch und dann verstehe ich immer noch nicht das einsetzen ja so ist kommt das hier rum wo geht das hin wie das ding scheint jetzt wohl dazu bleiben ja in diesem rad ist das wahrscheinlich ja geil so jetzt haben wir immer so ein ding da hinten rum brennen oh du musst was essen ich schwöre du hast Hunger nein ich schwöre du hast Hunger doch hast du nein ich schwöre du hast Hunger nein habe ich nicht selbst wenn ich was essen hoff zu lügen die sind hier oben schon wieder gebaut haben wir auch noch Kartoffeln warte mal Big Ape HDTV gibt es einen Fernseher haben wir auch noch Kartoffeln 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 so du hast Dude und hier war das ganze Dude was den na klar wir haben keine kartoffeln mehr warum haben wir keine kartoffeln oder hast du gerade kartoffeln Mario hast du Kartoffeln Warte Nein J.D so ich komme weiter werden es zu lassen dass wir eine komplette Umrundung hier machen können alle Tür wo sind die Schienen? Da sind sie Nein das reicht natürlich nicht Mist So was Sag mal wie kann man noch einzelne Blöcke bauen? Schiff Ah Ah Oh Mann Ich bin so ein Held Wieso? Ja aber wieso? Alter Es ist so kacke wie ich das machen Ich muss ähm Ich hab voll den kleinen Radius hier nicht mal benutzen kann zum bauen Ja Das ist mega scheiße Ich muss den Radius dringend erweitern Mist Das reicht auch nicht Und welches Projekt hast du vor? Exquisite Küche Ernsthaft? Geil Ich koch grad schön Für mich Nur für mich Lecker schmecker So ich hab auch ein bisschen was im Fühlschrank eingestanden aber Naja Lecker schmecker Ja So ich wollte mal was testen Ja Wenn ich nicht wiederkomme Dann f*** dich Mario Was sagst du vor? Nein Ähm Ich such mal grad in so einem temperierten Stern Nach äh Diesen besonderen Tieren Du willst jetzt also Wenn wir eben riskieren Geh Ja ich geh auf eine Suicide Mission Bist du etwa das Suicide Squad Ihhh Hu 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 Ich geh nicht Hahaha Aber ja vielleicht sogar vielleicht So Ich schaue Ah Ich kann leider nicht Ich kann nicht begebe mich auf eine mission die mich so ich habe auch nicht gesagt verliebtes schwein ich wieder schlafen habe wieder schlafen habe ich gestern ja bau die mal wieder an ich sehe keine kartoffeln ich habe keine schien mehr habe getrunken ich trinke halt sehr exzessiv ja das war der säufer nur bläder gehen also ich habe mir ruhig was essen dann haue ich dich fertig ich glaube einfach dass es viel zu laut ist wie ich jetzt esse ja du hörst es vielleicht nicht aber in der aufnahme hört man das ganze zeit knistern soja und ich stehe gerade einfach das ist mir egal also auf der bahn auf der bahn habe ich erlaubt etwa dahin zu gehen ich bin glück geht zu so ein firestar könnte ich könnte schnell sterben das wäre gar nicht toll ja mach mal ja stirb mal ich habe doch kein problem mit ja ich weiß nicht dass du ein arsch bist der mich einfach sterben lassen würde ja ich mochte ja 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 Ich teste gerade mal diese Strecke mit den Bumpern Okay Mal sehen wie es klappt Das klappt gar nicht gut Warum funktioniert das nicht? Es sollte funktionieren Okay es klappt gar nicht gut Schnell tot um irgendwas zu looten Ich verstehe es nicht Ich weiß es nicht Oder warte wo bin ich jetzt ernsthaft so blöd Ja In der Tat Ich fasse es nicht Ich bin zu blöd Was denn? Jetzt weiß ich auch warum das mit den Sensoren vorher nicht funktioniert hat Weil ich einfach so blöd bin Ja ist schon klar aber was ist denn los? Du musst die Signale Die Station und diesen Bumper damit du wieder zurückfährst Nicht wie ich es gemacht habe drüber und runter setzen Sondern genau auf die Schiene Ja klar Warum sollte man es nicht auf die Schiene tun? Du eigentlich blöd oder Tust du nur so? Ich bin blöd Ich bin hier Gottvater blöd Gibt es noch Hoffnung für dich? Ich glaube nicht ne? Nein Diese Hoffnung ist gestorben Nein Ich bin und bleibe tot Ja genau So jetzt warte ich mal kurz und hoffe dass dieser Bumper wieder zurückfährt raz Habts auch Bock mehr auf Puppe? die verbrüge den Zug zu bekommen nein der Zug ist abgefahren na der Zug ist schon längst abgefahren aber ja klar also mich und ich wurden immer besser wir wurden immer in die Top 10 warum so fickt hat sich das Ding wieder aufgelöst wenn ihr qualitatives Let's Play sehen wollt in Pupke für Leute die das nicht kennen guckt doch mal auch bei uns also guckt doch mal weiter hier so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020